In den letzten Spielen gegen Nürnberg und Gladbach haben wir die übrige Konkurrenz. Ein berühmtes Spiel wie auf der Achterbahn. Wann endlich kam sie, die Dresdner Serie. Sie kam nach dem Heimsieg gegen Hansa Rostock mit 2 zu 1, mit dem 3 zu 1 in Düsseldorf und dann mit dem 2 zu 1. Aus Flüßdorf von Kanone Kittler, seitens der Wahl. Die Dresdner Serie So, liebe Fußballfreunde in der Halbzeitpause, Dixieland aus Dresden. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich hier im Rudolf-Abeck-Stadion die Hotspurs aus Dresden. Und ich brauche einen ganz herzlichen Halbzeitapplaus für die Jungs hier auf dem Wagen, die hier wahnsinnig schwitzbar ist. Also, euch ein herzliches Willkommen in den Hotspurs in der Halbzeitpause in Dresden. Und das heißt, drücksel. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Jetzt haben wir den Evercup. Wir haben es geschafft hier, wenn braucht ihr das 0-0? Neunzigste Spielminute, 88. 1.5 zu 0, 1.5 zu 0. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern. Auch für die Zuschauern, wie geht es bei uns heute? Wir sind bei uns noch bei uns als Gäste zu sein. Es wird noch viel passieren, der Gerd Söhrmann ist für Sie unterwegs. Der nennt sich dann aus dem Innenraum, jedenfalls dann hier ist es auf den großen Bierausschau. Bier versprochen. Und auch noch mal, jedenfalls für die Fans, die vorhin keine Videogasette mehr hatten konnten. Wir sind auf den Steuerdachstuhl reingegangen. Auf der Fahrtstraße gibt es wieder die Videogasette von Söhrmann. Was ist denn hier? Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Was? Gewinn! Ja, drei Minuten! Hallo, drei Minuten! Ja? 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 Ich glaube nicht, dass er den Weg schon abgepfiffen hat, aber möglicherweise hat er sich das jetzt überlegt in diesem ganzen Chaos. Zumindest die Leverkusener Spieler sind jedenfalls alle schon nicht mehr auf dem Platz. Und ob das jetzt hier nochmal angepfiffen wird, ich weiß es nicht, hier wird gefeiert. Große Enttäuschung ringsum, nur ein paar schwarz-gelbe Fahnen, die jetzt hier noch geschwenkt werden. Und ich gebe jetzt nochmal, wohin, wo wird noch gespielt? In Leverkusen. Gespielt wird hier nicht mehr, aber gefeiert wird hier. Zum vierten Mal nach 1950. Aber die Stuttgarter, sie haben seit der Winterpause nur zwei Spiele verloren von insgesamt 16 Partien. Sie haben nicht die Nerven verloren und man muss sich wirklich noch einmal dieses packende Finish... Und man sieht, dass die Mannschaft geschlossen hier rauskommt hat. Aber so kann die auch nie rauskommen. Wir wünschen sich eigentlich, dass wir alle an den Gas, um die Grenzen zu gehen. Und dann kommt auch die Mannschaft raus und dann können wir alle abstimmen werden wollen. Und das ist doch so oft, ja? Das ist eine Schöne. Und 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 das ist eine Schöne. Untertitelung des ZDF, 2020